CBC Radio Kanada ist die gemeinsame Dachmarke für die staatliche Rundfunkgesellschaft Kanadas. Sie wurde im November 1936 gegründet und sendet in den beiden Amtssprachen Kanadas Englisch und Französisch sowie in acht Sprachen der Ureinwohner. Der englischsprachige Teil firmiert unter dem Namen Canadian Broadcasting Corporation, der französische Untersoziate Radio Kanada. Geschichte 1928 wurde von der kanadischen Regierung eine Kommission eingesetzt, die sich mit der Situation des Rundfunks im Land auseinandersetzen und Vorschläge für das weitere Vorgehen unterbreiten sollte. Zu Beginn der 20er Jahre waren erste Lizenzen für private Radiosender vergeben worden. Ihr Erfolg war jedoch mäßig im Vergleich zu dem der benachbarten amerikanischen Sender. So riet das Gremium zur Gründung einer landesweit Cententenanstalt. Diese Empfehlung führte schließlich 1932 zur Gründung der Canadian Radio Broadcasting Commission. Mit dem Canadian Broadcasting Act wurde die Gesellschaft 1936 zur Crown Corporation. Ende der 1940er Jahre entwickelte die CBC einen 15-Jahres-Plan zur Realisierung eines Fernsehprogramms. Innerhalb kurzer Zeit nahmen die ersten Sendestellen ihren Betrieb auf und 1955 wurden zwei Drittel aller kanadischen Haushalte erreicht. In diese Zeit fällt auch die Übergabe der Kontrollfunktion der Rundfunk- und Fernsehanstalten von der CBC an das Board of Broadcast Gavanas 1958, das seinerseits zehn Jahre später durch die CRTC ersetzt wurde. 1966 sendete man erstmals in Farbe, Programme, CBC Radio Kanada betreibt die folgenden Hörfunk- und Fernsehprogramme, Bande Apart International Radio Kanada International, The Canadian Documentary Channel e CIA Explorer. Der französischsprachige Teil ist außerdem gemeinsam mit weiteren Rundfunkanstalten im internationalen französischsprachigen Fernsehsender TV 5 Monde beteiligt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017